Sie hören Donna Cross, die Päpstin. Ins Deutsche übertragen von Wolfgang Neuhaus. Gelesen von Gabriele Blum. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Pro Look Es war am 27. Tag des Wintermanut im Jahre unseres Herrn 814, im härtesten Winter seit Menschengedenken. Rotruth, die Hebamme des Dorfes Ingelheim, kämpfte sich durch den Schnee zum Haus des Dorfpriesters. Eine Windböe fegte zwischen den Bäumen hindurch, krallte ihre eisigen Finger in Rotruths Körper und drang durch die Löcher und Flicken ihrer dünnen Wollkleidung. Der Waldweg war von hohen Schneewehen bedeckt. Bei jedem Schritt sank Rotruth fast bis zu den Knien ein. Eine Schneekruste hatte sich über ihren Brauen und Lidern gebildet. Immer wieder wischte sie sich übers Gesicht, um den Weg sehen zu können. Die Hände und Füße schmerzten ihr vor Kälte, obwohl sie mehrere Stofflappen darum gewickelt hatte. Bei Gudrun, der Frau des Dorfpriesters, hatten die Wehen eingesetzt, einen Monat früher als erwartet. Da hat sich das Kleine ja eine schöne Zeit ausgesucht, ging es Rotruth voller Bitterkeit durch den Kopf. Allein letzten Monat habe ich fünf Kinder zur Welt gebracht und keins von ihnen hat länger als eine Woche gelebt. Erneut wühlte sie sich durch eine hohe Schneewehe und wehrte sich gegen ein zunehmendes Schwindelgefühl. Sie hatte seit mehreren Tagen nichts gegessen. Aber, sagte sie sich, wenn alles gut geht, bekomme ich heute Abend ein Festessen. Falls der Dorfpriester zufrieden mit mir ist, wird er mir sogar Speck als Bezahlung mit auf den Nachhauseweg geben. Der Gedanke verlieh ihr neue Kraft. Rotruth gelangte auf eine Lichtung. Dicht voraus konnte sie die konturlosen Umrisse einer großen Hütte sehen, das Grubenhaus des Dorfpriesters. Hier auf der Lichtung lag der Schnee höher, da nun das schützende Dach fehlte, das die Bäume gebildet hatten. Doch Rotruth kämpfte sich unbeirrt weiter, wühlte sich mit ihren kräftigen Schenkeln und Armen voran, von der Gewissheit erfüllt, bald in Sicherheit zu sein. An der Tür angelangt, klopfte sie einmal. Dann trat sie unaufgefordert ein, ohne zu warten. Es war zu kalt, um auf standesgemäße Höflichkeiten Rücksicht zu nehmen. Dann stand sie blinzelnd in der Dunkelheit des Raumes. Das einzige Fenster des Grubenhauses war, der Winterkälte wegen, mit Brettern vernagelt, und das einzige Licht stammte vom Herdfeuer, sowie mehreren rauchenden Teiglichtern, die an verschiedenen Stellen standen. Nach kurzer Zeit gewöhnten Rotruths Augen sich an das Licht, und sie sah zwei Jungen, die in der Nähe des Herdfeuers beieinander saßen. »Ist das Kind schon da?«, fragte sie. »Noch nicht«, antwortete der Ältere der beiden Jungen. Rotruth murmelte ein kurzes Dankgebet an den heiligen Kosmas, den Schutzpatron der Hebammen. Mehr als einmal war sie um ihre Bezahlung betrogen worden, weil das Kind ein bisschen zu früh gekommen war, sodass sie ohne einen Denarius für all die Mühe, die sie auf sich genommen hatte, wieder nach Hause gehen musste. Am Herdfeuer wickelte sie sich die gefrorenen Lappen, von Hemden und Füßen, und stieß einen erschreckten Schrei aus, als sie die kränkliche, blau-weiße Farbe der Haut sah. »Heilige Mutter, lass nicht zu, dass der Frost mir die Hände und Füße nimmt.« Für eine verkrüppelte Hebamme hatten die Dorfbewohner nur noch wenig Verwendung. Elias, der Schuhmacher, hatte auf diese Weise seinen Broterwerb verloren. Auf dem Rückweg von Mainz war er von einem Schneesturm überrascht worden. Seine Fingerkuppen waren binnen einer Woche schwarz geworden und dann abgefallen. Seither kauerte er halb verhungert und zerlummt neben den Kirchentüren und erbettelte sich sein tägliches Brot von mildtätigen Mitmenschen. Rotrud schüttelte zornig den Kopf, als sie nun ihre Tauben, Finger und Zehen rieb und massierte, wobei die beiden Jungen ihr schweigend zuschauten. Der Anblick der Knaben erfüllte Rotrud mit Zuversicht. »Es wird eine leichte Geburt«, sagte sie sich und versuchte, die Gedanken an den armen Elias zu vertreiben. »Schließlich habe ich Gudrun schon von diesen beiden Jungen entbunden, ohne dass es Probleme gab.« Der Ältere musste jetzt beinahe sechs Winter zählen. Er war ein untersetzter Knabe, auf dessen Gesicht ein Ausdruck wacher Intelligenz lag. Sein jüngerer, pausbeckiger, dreijähriger Bruder schaukelte vor und zurück, wobei er missmutig am Daumen lutschte. Beide Jungen besaßen den dunklen Teint und das fast schwarze Haar ihres Vaters. Keiner von beiden hatte das außergewöhnliche weiß-goldene Haar seiner sächsischen Mutter Gudrun geerbt.